So Freunde, jetzt im Test für euch die Cracker Fontaine Kaliber 30 von Funke, fünf verschiedene Sorten und zwar habe ich hier schon mal ein paar Sorten genommen für meine Touren, ja deswegen habe ich hier zwei Fontänen ausgesucht, einmal die Sonnencracker Fontäne und einmal die Silberstern, die Crackerstern Fontäne, jetzt die Funke Crackerstern Fontäne. Das Nächstes und das Letztes die Sonnencracker Fontäne, ich habe deswegen nur zwei Fontänen gemacht, weil das ähnliche Effekte sind alle mit Crackling, deswegen nur mal einen kleinen Auszug hier aus dieser Verpackung. So Untertitelung des ZDF für funk, 2017